Musik 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 Na, nehmen wir die andere Seite. Da sieht man es, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja, man sieht, wie langsam das Land hier flacher und flacher wird. Auch wenn es von hier aus diesen tollen Grüneffekt hier drüben hat. Und ja, was wir halt drunter verbuddelt haben, nicht schön aussieht. Ja, was wir halt drüben? 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 Oh! Oh! Ihr seid hier auch soweit, dass wir hier... Das war eins zu viel. ... so machen. ... so machen können. ... so machen wir jetzt noch etwas. Ja, das hat das gegründet. Das war's. Ja. Was macht ihr hier schon wieder, ey? Ah, wie viele Schichten sind's eigentlich jetzt? Ach, immer noch viele. Ja, vier. Vier. Wir sind jetzt bei der... ...vierthletz. ... 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 Oh, okay, mal da hinten. Ah ja, man sieht unsere Steine nehmen wieder ziemlich schnell ab. Ah ja, man sieht unsere Steine nehmen wieder. Ah ja, man sieht unsere Steine nehmen wieder. Das war's für heute. Ok, ich bin Dunkelheit. Ah doch, das ist ja auch so eine Rampe, sage ich jetzt einfach mal. Scheint, dass man nicht solche auch hier bauen kann. Es fehlen Funktionen definitiv, finde ich. Für Treppen aus Erde, für Rampen aus Erde. Oh, das ist ja so. Okay. Okay. Ja, jetzt muss ich kurz warten, bis die drei da gefüllt werden. So, dann können wir hier weitermachen. Ah. Ach, Pizzol. Ach, Pizzol. Ach, Pizzol. Unsere Bergleute pfuschen immer wieder. Pizzol. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020